Serenade ist im Teufel. Nein. Doch. Nein. Ich verließ das Zimmer. Hinter mir hörte ich sie nochmal. Doch. Rufen. Ich überquerte den Flur. Nein. Doch. Mittlerweile war ich in der Küche angekommen und begann mit der Kaffeezubereitung. Nein. Mutter hatte Ohren wie ein Luchs. Doch. Manchmal wachten wir bis zu einer halben Minute Pause, dann ging es mit frischen Kräften weiter. Nein. Doch. Schließlich kehrte ich mit dem frisch gebrühten Bohnenkaffee zurück. Nein. Doch. Er schöpft nahm Mutter einen Schluck zu sich. Der schmeckt immer wieder gut. Ja, findest du, das freut mich, find ich aber auch. Du bist lieb.